Hallihallo! Herzlich willkommen endlich zurück zu Doppelstarf-Trick-Ella mit der Übernehmer. Hallo! Ja, und das gibt's auch noch. Ja, offensichtlich. Oh, warte, da oben ist noch was drin, das würde ich gerne sammeln. Ja, wir sind noch hier im... Ah, hier eine Drüse. Möchtest du eine Drüse haben? Binnen, Büffel, Schweine, sonst was. Furchtbaren, schrecklichen Gebiet, wo sich alle gegenseitig meucheln. Da oben ist so viel Loot, ne? Egal, wir müssen zurück zum Lager. Ja. Und du musst zwischen den Blumen sammeln, ja. Genau. Ist ja egal, ob ich die dann nicht behalten kann. Hauptsache, ich sammle die auf. Ach, dieses Monsterfleisch kann ich einfach mal wegschmeißen. Ich meine, nichts gegen Monsterfleisch. Keine bösen Blumen, ne? Ja. Irgendwie habe ich nichts zu essen. Ich habe nichts zu essen. Hier ist was zu essen. Oh, da ist ein Pilz. So. Oh, was ist das hier? Ach, der Mond, der Mondstein. Oh ja, da müssen wir uns eigentlich merken, wo der ist. Ja, es ist ja dann auf der, auf der Karte. Ja, dass wir das dann abbauen können. Ah. Oh Mann, was schmeiß ich jetzt weg? Warte mal ganz cool. Dieses 7% Feuerzeug ist jetzt auch irgendwie. Okay. Schöp ich das ohne, dass die Büffel mich hauen. Ja. Ich habe was am Server umgestellt, mal sehen, ob Nessa es irgendwann merkt. Aha, ist das eine Trickfrage? Oh. Hier sind noch mehr Blumen. Oh, hier ist ein Babybüffel. Hier sind Babybüffel ganz alleine. Ah, ne, doch nicht. Ja, komm zu mir. Oh, oh, oh. Nee, ich habe, ich habe gedacht, denen geht es nicht gut. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Blumen, die du flippen kannst. Ja, das ist fein. Jetzt wird es aber dunkel. Oh, es wird dunkel. Das ist nicht so gut. Fallen lassen, fallen lassen. Ach, jetzt habe ich die Ecke damit. Ach ja. Ja, alles gut. Ach, das war eine böse Blume, ne? Ja, böse Blumen nicht sammeln. Ja, vielen Dank für den Tipp, ne? Ja, ich glaube, ich weiß, was, äh, was du umgestellt hast. Was denn? Nämlich, dass deine, ähm, dass sich die Karte erweitert, wenn du, äh, läufst. Ja, unter anderem. Also erweitert sich auch deine Karte? Voll gut. Ja, das heißt, es ist jetzt tatsächlich eine shared map. Unglaublich, aber wahr. Wir haben es echt mal getroffen. Wee, Bean. Ja, okay, ich verrate es dir. Wir sehen uns die ganze Zeit. Aber nur auf der Karte, ne? Also auf der kleinen, nicht auf dem... Na ja, ich sehe dich. Ich sehe auch dein, dein Icon. Ich sehe deins nicht. Wahrscheinlich ist es bei mir nicht angeschaltet, deswegen geht sie. Ne, es ist ja eine Server-Dings, also sie müsste eigentlich auch bei dir funktionieren. Ach so. Vielleicht ist das... Hast du die Minimap? So. Funktioniert die jetzt bei dir? Ähm... Ich habe hier nur unten rechts Zeigekarte M. Alter! Okay. Bescheuerte Musik dazu, wo muss ich eigentlich hin? Ja, die Nacht ist vorbei, sehr gut. Die Hornissen sind hier irgendwie immer noch am... Oh, ist die Kämpfen gegen den Büffel! Sie kämpfen gegen alle Büffel. Hm. Oh! Ich brauche etwas zu essen! Eiei, wo bist du denn noch? Ja, ich bin ein bisschen weiter oben. Aber ich komme schon. Tja, wie weit fahren die mir denn hinterher, hier, diese komischen... Wie weit fahren die mir denn hinterher? Ja! Was soll das? Aber immerhin haben wir es zumindest, ähm... Na, ich sollte lieber nichts sagen, bevor wir nicht im Lager sind. Ich bin gleich im... Ich bin gleich im Lager, auf jeden Fall. Ja. Ich habe nämlich noch zwölf Seile dabei und, äh, wenn ich jetzt sage, oh, wir haben es geschafft, dann geht bestimmt irgendwas schief. Deswegen sage ich lieber nichts. So. Ich erweitere die Karte mal ganz fleißig. Ja, das ist gut. Ähm, Marmorbaum... Und der Magenknurrt. Was wir auf jeden Fall brauchen... Warte mal. Warte, ich versuche mal. Wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass wir die zu den, zu den Dings locken, ne? Zu den Büffeln, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob der, ob der nicht schnell, ob der nicht zu schnell ist, aber den einen, den kann ich da vielleicht hinlocken. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, ob man, ähm, den überhaupt so wegrennen kann. Uah! Ja, wie gut, dass ich... Ja, der läuft mir hinterher. Ja, der läuft. funktioniert das ausprobieren, weil ich, ähm, ausgesehen Dollaren habe. Der läuft mir... Oh, oh, oh. Ich, ich bin... Ich probiere es auch gerade aus. Guck mal, der hier, der läuft mir hinterher. Na ja, doch nicht mehr. Oh, 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 haha! Okay. Oh, den lage ich lieber nicht ins, äh, Lager. Nicht ins Lager, genau. Sonst ähm... Aber hier sind ja direkt die Büffel. Sind das Büffel? Hier links. Okay, warte, ich komm. Ach, meiner... Oh, vielleicht kann man die Büffel zu denen hier locken. Ja, das meine ich ja. Der geht jetzt auch direkt... Ah, der hat mit dem Hasen gekämpft, vielleicht. Können wir das... Hallo? Vielleicht sollten wir aber auch zuerst unsere Sachen ablegen. Ja, okay, das machen wir vielleicht. Augenpflanzen. Oh, Has, hier ist ähm... Ja, hier sind Pfützen. Ach so, wir schmolzener Gletscher, okay. Oh, wer hat denn da wieder die Tür offen gelassen? Ich nicht. Das geb' ich. Ich war's bestimmt, weil ich ja ständig gestorben bin und immer im Lager war. Aber ich war's nicht. Egal was es war, ich war's nicht. The good old, äh, Lager. Yeah. Ach, ich kann ja wieder nix nehmen. Ich hätte vielleicht einfach mal vorher die Sachen weglegen sollen. Äh, und zwar Fäulnis. Was hab ich hier noch? Hallo? Ähm, wieso lädt sich der Wärmestein gerade auf? Ich weiß es nicht. Ah, es hat 31 Grad, Tatsache. So. Hier ist noch mehr Fäulnis. Es gehört eigentlich zusammen. Wo ist voll, ne? Ich mach's nicht ins Lager. Unsetiert ist. In der Mitte, da wo ich gerade bin. Okay, dann pack ich das. Oh, das für ein Brand zu fällt. Aber warte mal, ich muss hier... Wir müssen die Sachen düngen, die hier so... Ach, komm her. Wärmestein lass ich mal drin, nur für den Fall, dass es bald zu heiß ist. Was? Ich möchte eigentlich... Hä? Was war das hier? ...mich nicht drehen. Hast du gerade gekocht? Ja. Kannst du ruhig essen. Würziges Chili. Okay, dann kann ich ja schon mal ein bisschen Beeren noch eine Marmelade machen vielleicht. Was ist hier noch drin? Was ist das? Dünge-Eimer. Grasboden, Holzbrustboden, Bifalowolle. Dann packe ich hier die Bifalowolle nochmal zu. Ja. Ist irgendwo Dung drin. Alles... Alle haarigen Sachen sind wie in einer Kiste. Hier ist Dung. Moment. Ich lass mir mal... Das lass ich mir mal... Marmor. Marmor. Pack ich mal hier zu. Nein, nimm nicht die Samen weg, Vogel. Ist nicht erlaubt. Du nicht. Wir müssen anpflanzen. Solange wir es noch können. Ja. Ich hab auch schon... Ein paar Sachen. Oh nein. Frage mich, wann wieder alles bei mir durchnässt ist. Oh ja. Ja. Ach so. Ähm. Wir können uns übrigens einen Regenschirm machen. Ja. Das wurde äh... Mir... Aber ist das nicht mit so einem äh... Tentakel links? Warte. Ach so, ne. Ähm. Das war der... Regenmantel. Wo ist denn der Regenschirm jetzt nochmal? Äh... Ich glaube... Überleben. Ein Gras-Schirm. Ich dachte... Vielleicht... Blütenblätter. Wir brauchen sechs Blütenblätter. Eins... Zwei... Oh, es wird dunkel. Oh, scheiße. Moment. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise. Hahaha. So. Kein Problem. Mann, Mist. Wir brauchen... Ähm... Ach so, und? Hast du noch was zu essen? Ähm... Ne. Okay. Ich hab noch ein gekochtes Fleisch. Das könnt' ich mal essen. So. So. Also... Oh. Ich wollte gerne einen Morgenstern. Ach genau. Da brauche ich ein blitzendes Ziegenhorn. Ja. Und da muss ich die Ziegen töten. Aber... Wir haben... Wir können eine Angel machen. Können wir? Ja. Ach. So. Regen-O-Meter. Gibt an, ob es regnet wird. Mhm. Ein Feuerlöscher. Ähm... Gras-Schirm. Genau. Ich glaube, das ist der Gras-Schirm. Und da brauchen wir... Ähm... Ich hab drei... Äh... Drei Blütenblätter. Oh, hast du schon einen? Voll gut. Ja. 120 Isolation. Ah. Und damit kannst du beispielsweise auch dein... Äh... Deinen Helm anhaben. Wenn du einen Helm hast. Ja, ich hatte ja mal einen. Wir reden nicht darüber, was mit dem passiert ist. So, dann müssen wir es nochmal versuchen mit den... Äh... Mit den Büffeln dahin locken. Wird mir gerne einen Schirm machen, erstmal. Okay. Ich hab gleich die Blümchen zusammen. So. Und dann sammle ich noch ein paar... Möhrchen. Ah, mal tun wir. Ja, das hier ist so... Semi... äh... Hilfreich irgendwie. Ja. Es geht trotzdem stark nach oben. Well. War wahrscheinlich nicht pro Sekunde, oder? Warte. Mist. Das sind halt alle zwei Sekunden, oder so. So. Und dann zieh ich den Dings an. So. Warte mal. Wie viel... Was war denn nochmal? Hier der Helm. Hä, wo war denn der Helm auch nochmal? Der war... Der war auch wahrscheinlich bei Überleben... Ne, bei Kampf. Ähm... Ja, bei Kampf. Ja, ich glaub bei Kampf. Schweinepuppes. Ah, haben wir doch welche noch gehabt, oder nicht? Yeah. Sechs Schweinepuppes. Sechs Stück, das ist aber echt viel. Und... ähm... Ne, ne, wir haben noch sechs, ja. Und... Seil. Seil macht man aus Dings. Okay, warte. Ich mach mal kurz Seil. Okay, also auf jeden Fall kann der Olle, wenn man dem zu nah kommt, schneller rennen, als man selber. Ja. Äh... Versuch die Dings dahin zu locken, die... Die Büffel eher. Ich hab die in Helm gemacht, ja? Okay, vielen Dank. Oh, naja, ich bin leider sowieso schon fast tot. Also ist mir egal. Oh. Hat er dich getroffen? Ich hab dich dümmerweise zweimal getroffen jetzt. Aber dann kann ich's wenigstens testen. Oh. Also? Oder ist der rote Arsch jetzt weg? Ah nein, ist er nicht. Ja, selbst wenn, dann kannst du sie einmal hauen und dann... Warte, ich geb dir mal deinen Helm. Ja, ich hab einen Energiepunkt im Moment. Ja, der schützt sich ja wenigstens ein bisschen. Warte, ich... Ich lock die mal, ja? Okay. Okay. Wir locken hinterher. Ja. Ja, hier oben links ist der andere. Ja. Oh, scheiße, der. Aber da muss er auch passen, ja. Hallo. Weil wenn er dann... wenn er dann rennt, dann... er rennt er zum schnellen. Ja, 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 guck mal, guck. Ach, shitty. Wo ist er jetzt hingerannt? Der ist zu schnell für die Büffel. Guck mal, er, voll verbackt am Strand. Oder kann er irgendwo dagegen rennen, dass er dann irgendwie kaputt geht davon oder ich weiß nicht. Ja, 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 guck mal, guck mal. Guck, guck. Ach. Kacke. Oh, pass auf. Ja, ich hab von oben nicht gesehen, wo die waren, das war gerade ein bisschen. Der andere schläft. So, jetzt ist er wach. Mal gucken. Der ist ja nicht so schnell. Yo, 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 yo. Aber die kämpfen irgendwie nicht gegen den. Hallo. Aber Moment mal, man müsste den doch eigentlich relativ gut töten können, so wie er das macht. Wow, wow. Jetzt, 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 jetzt. Ja, ja. Lauf hinterher. Oh, go, Bufel, go. Lauf. Nessa, lauf. Oh, shit. Verdammt. Die sind so doof auch. Ja, 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 jetzt wieder. Da läuft er immer weg. Wo bin ich denn jetzt? Ja. Bei den Bernys bin ich. Und alle gehen drauf. Ja, der ist tot. Chaka. Wir haben durchnäste Zahnräder. Juhu. Ich hab ja auch noch irgendwo Eis gesehen gerade eben. Das heißt, wir könnten sogar... Ja, da ist noch Eis. Sehr gut. Unter Einsatz unseres Lebens. Ich weiß aber nicht, wie viele Zahnräder wir brauchen. Hätten wir vielleicht vorher gucken sollen. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Wir machen einfach nichts. Es machen einfach nur die Büffel. Wir faulen Säcke. Hm. Jetzt ist nur das Problem, dass... Wahrscheinlich unter Überleben. Du siehst mich doch aber, oder? Du müsstest mich sehen. Nee, da die Karte noch nicht bis dahin ist. Okay, warte. Aber ich bin wahrscheinlich von da oben, wo ich vorhin bin. Siehst du das Feuer? Hm, nee. Hä? Ich hab grad hier Feuer angemacht. Wieso siehst du das nicht? Oh, guck mal hier. Es gibt hier auch einen Regenschirm. Wir brauchen wahrscheinlich keinen Gras-Schirm. Wir brauchen einen Regenschirm. Der Gras-Schirm war bestimmt für die Hitze. Kann sein. Ich muss hier rum, glaub ich. Einen Regenschirm. Machen wir uns mal einen Regenschirm. Oh, reicht es auch mit unseren Ressourcen? Ich vergesse gerade... Ja. Ich vergesse gerade, Essen zu machen. Oh, ich hab hier... Oh. Hier haben die Büffel und die Bienen gekämpft. Und jetzt liegt hier überall Wolle rum und die Stachel und so. Ja, die Stachel hab ich auch ganz viele gehabt. Ja, sechs Stück. Ganz, ganz viele. Ja, aha. Ganz viele. Yo, das ist ein Regenschirm. Das nenn ich mal einen Regenschirm. Aber die Paarungszeit von den Büffeln geht irgendwie gar nicht mehr vorbei, hab ich so das Gefühl. Eine Angel. Vogelfalle. Okay, warte mal. Hut der Mittagsruhe. Gute Nacht. Oh, apropos gute Nacht. Gwang, gwang. Ja, also ich bin auf jeden Fall oben gewesen, äh, bei den... Bienenfeldern und muss jetzt wieder nach oben. Äh, wo ist denn der... Wo ist denn der... Der Regenschirm? Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Wir können Vögel fangen und die in den Vogelkäfig tun. Ein Haus für deine Vogelfreunde. Soll ich meine Vogelfalle... Soll ich meine Freunde sind, wenn die da drin sind? Soll ich eine Vogelfalle machen? Ja, ne? Ja. Kannst du mir machen. Versuch derweil hier zurückzukommen, aber ich glaube, es sieht gut aus. Okay. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass ich jetzt genau da gespawnt bin, wo ich, ähm, wo wir heute die Welt fortgesetzt haben. Oh, okay. Äh. Das wäre verdächtig. Äh, Wissenschaft. Vielleicht unter Wissenschaft? Mal ein Thermometer. Ja, ich meine, so ein Kühlschrank ist schon so eine Wissenschaft für sich, ne? Feuerlöscher. Ja, rastet nicht aus. Ich finde den gleich. Hier, ich habe ihn gefunden. Kühlbox. Geschliffener Stein. Und zwei Goldklumpen. Haben wir noch Gold? Sehr gut. Katzi! Jo, wir haben noch Gold. Ähm, ah, jetzt sehe ich deine Karte. Okay. Jetzt erst. Ich habe nur das gesehen, was du gemacht hast, während, also nachdem ich dann wieder, äh, lebendig wurde. Ach so, dann, äh, sag das doch. Und deswegen war das so weit weg und deswegen hab du... So, pass auf, ich mache hier mal eine Vogelfalle hin, hier. So. Ist jetzt ausgelegt. Moment mal. Ich habe alle meine Sachen wieder, das ist auch gut. Da oben liegt übrigens noch eine Menge... Ich wollte es mal eben. Ähm... Nein, wir sind Holz rum. Ich brauche Steine auf jeden Fall. Für geschliffenen Stein. Hast du Steine? Ähm... Zwölf normale Steine, ja. Ich bin auch auf dem Rückweg. Ah ja, ich sehe dich sogar. In wenigen Sekunden, oah. Was ist denn jetzt mit diesen Augenpflanzen eigentlich? Weiß ich. Das ist doch irgendwie noch so ein Rätsel. Wir müssen mal die Mauer zu Ende bauen. Oh, ich habe den Vogel gefangen. Hast du gedacht, du kannst dann kommen? Warte, ich möchte aber gerne einen Vogelkäfig bauen. Mein Grassschirm ist leider schon ein bisschen... Magst du mir die Steine geben? Ja, sehr gerne, dann hab ich sie nämlich los. Danke. So, dann veredel ich mal die Steine. So, Moment, wo war der denn jetzt nochmal da? Ja! So, pass auf. Ich stell den so mitten hier rein, wahrscheinlich, ne? Weil er ja das... Ja, gut, vielleicht nicht gegen... Ich weiß nicht, ob's macht, wenn das direkt beim Feuer ist. Ich will den hier hin, warte, ich will den... Ach, scheiße. Jetzt hab ich mich gedreht. Hier hin will ich ihn stellen. Mhm. So, dann müssen wir da Eis reintun. Warte, ich hack mal kurz Eis. Ja. So, Stachel haben wir jetzt auf jeden Fall für die nächsten 500 Jahre genug. Für was auch immer wir sie brauchen können. Oh, ich hab eine Honigwabe. Sehr gut. Was kann ich die eigentlich benutzen? Ich hab schon wieder Frosch-Schenkel. Ich hab auch eine Angel gebaut sogar. Ah, die können wir auch mal testen? Oder haben wir die schon mal getestet? Die hab ich schon mal getestet, ja. Ja. Ja, okay. In einer Folge hab ich, hab ich gangelt. So, dann tu ich mal Eis in den Kühlschrank. Und dann können wir auch bestimmte Speisen wahrscheinlich da drin lagern. Und dann muss ich gleich mal gucken. Ein Vogel. So, ich hab jetzt Eis reingetan. Sehr gut. Rotkardinal. So, warte. Ach, genau. Hier. What für'n Ding. Ein Rotkardinal hab ich. Ein Rotkardinal. Die meisten Kardinale sind rot. Zumindest haben sie was Rotes an. War das denn jetzt richtig mit der Kühlbox? Ja, ne? Sieht auf jeden Fall richtig aus, ne? Ähm, wie würde sie falsch aussehen? Keine Ahnung. Hehe. Ein Honigumschlag. Hi, ich bin Ema. Guck mal, hier unten ist schon wieder ein Vogel drin. Wie einfach geht das denn? Hi. Warte. Ich mach die einfach immer so zu, äh, zu... Ah, wie heißt der nochmal? Samen. Und dann fliegen die da rein. Ah. Unfassbar. So. Eine Sache bräuchte ich noch zum... für den Topf oder dann könnte ich wieder irgendwas Gemüsiges herstellen. Ach, schade. Ich hätte gesagt, leg einfach mal einen. Ähm. Achso, brauchst du noch eine Sache? Ja, hier ist irgendwie grad nix mehr. Oh, ich hab nur noch 38. Ich muss auf jeden Fall was essen. Kacke. Ja. Ah, warte, ich hab, ich hab was im Topf. Oh nein. Warte, das Eis. Ich nehm das Eis kurz. Ist das okay, wenn ich das esse, oder? Ja. Ja, klar. Ähm, ich hab auch noch... Warte, hier, Eis. Ich hab das Eis jetzt wieder reingetan. Ich weiß nicht, ob wir den komplett füllen müssen mit Eis. Ich glaub nicht. Ich glaub, das kühlt an sich schon. Es ist wahrscheinlich... Eis ist wahrscheinlich auch gut für den, äh, Sommer dann zum... Also quasi als Kühlung selbst, nicht um die Sachen, die im Kühlschrank sind, zu kühlen. Mhm. So hab ich das zumindest verstanden. Keine Ahnung, ob's stimmt. Ha. Huah. Hat sie mich grad mal rumgeschoben. Hab ich dich rumgeschoben? Ja. Hab ich gar nicht. Oh, was passiert, wenn ich in die Vogelfalle laufe? Nichts. Ne, das mach ich jetzt lieber nicht. Ui. Ich glaube, wir könnten die Folge auch langsamer werden. Ich wollt grad sagen, ja. Wir sind ja wieder voll drin. Wir sind voll drin. Ja. Ja. Aber wir haben immer einen Kühlschrank. Ja. Liesam ernährt sich das Aufbrändchen. Ja, aber immerhin. Voll gut. Ja, genau. Aber dann sehen wir uns einfach übermorgen wieder. Und diesmal wirklich. Wir wissen's genau, denn wir nehmen's heute noch auf. Ja, genau. Genau. Und dann bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Und ich sag wie immer, Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss, mach's gut.